ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Resident Evil Revelations 2 wir starten hier direkt mit Episode 2 und lassen Claire da mal ans Wort ohne große Umschweife überschreiben Spieldaten klar machen wir Feuer frei los geht's bis hier bei Revelations 2 ich bin die Aufseherin bitte schicken sie Hilfe ich bin hier kleine bitte sei am Leben ich habe keine Eltern da drüben weißt du das das ist eine Sache die nicht im Bericht deine Tochter heißt Meura? Ja Sie ist tot Was? Episode 2 Betrachtung Der Betrachtende ist im gewissen Sinne der Mitlebende Mehr konnte ich wieder nicht lesen Heiliger Bimba ist mein Leben geil Genau wie Kichu Kichu Mann Hammer mäßig Geht ohne mich weiter Ich komm später nach Du hast ihn gehabt Gabe Los Beispiele sind's Göstlicher Hey Fernandes Sieh mal Ist das der Ort? Die Wassis? Was auch immer? Jo Wo das Leben beginnt Ist das Tompsons? Ja Ich werde es mir näher anschauen Oh kakke Gabe Shh Gabe? Redfield Du lebst Komm schon Steh auf Gott Du schuldest mir neue Unterhosen Komm rein Die neue ist auch okay Ich wusste dass sie es war Musikwünsche? Musikwünsche 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 So ein Ladebildschirm kann schon ganz schön lange sein. Ja, und da sind wir doch voll im Spiel. Stinkende Chemikalie, nehmen wir immer mit, was auch immer wir damit tun sollen. Munition sieht ja gar nicht mal so gut aus. Das scheint hier eine Werkzeugbank zu sein. Guckt sich den Arm auf eine nette Herr. Was haben wir da? Ein bisschen Stoff. Stoff nehmen wir immer gerne. Hier gibt es eine Flasche. Noch eine Flasche. Hier gibt es viele Flaschen. Zweitwaffe wechseln, eine Kühlerflasche. Die redet doch ähnlich mit dir. Gut zu sterben. Da besteht kein Zweifel. Aber einer von euch hat noch die Chance, gut zu sterben. Ich bin keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schicken. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Oh Mann. Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Denk einfach nicht drüber. Redzi, begleite mich mal. So was ist immer eine ganz gute Idee. Aber es ist erstaunlich, dass hier nichts los ist. So, hier nehmen wir erstmal noch das Fass auseinander. Das wollte ich nämlich die ganze Zeit tun. So, wir haben eine Schrotflinte. Der ganze Zehenschuss und eine Pistola. Was können wir hier machen? Unsere Waffen aufwerten. Sehr schön. Ich muss leider zugeben, ich habe alles schon wieder vergessen, was wir hier beim letzten Mal so gelernt haben. Das ist doch schon wieder ein bisschen länger her. Und die Musik läuft. Sehr schön. Eine Karte. Die Fischerdorfkarte. Sehr gut. So, was gibt es hier? Ich wollte hier gerne den Strom ausschalten, Leute. Weil das muss nicht wirklich sein, dass wir hier Highlife machen, Licht anhaben. Das könnte ein bisschen die Zombies anziehen. Na, dann zeige ich mal. Und vor allen Dingen, wo ist euer komischer Kumpel? Und wie konnte ich nochmal Charaktere wechseln? Neil war bei euch? Was gibt es denn da oben? Wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Ich habe mir ja vorhin genommen, diesmal ein bisschen mehr Abzeichen zu sammeln und so. Und das geht hier schon gut los. Für kleine Hände. Ach, das kann nur Dings auseinandernehmen wieder, ja. Unsere kleine Natalia. Ist die Natalia? Beim letzten Mal habe ich sie auch immer Meura genannt. So, hier unten ist... Da ist ein Abzeichen. Yay! Wir sind gut. Kling! Ein Turmemblem. Ein schöner kleiner Schrottplatz im Fischerdorf. So, Kollege, wo wird das jetzt eigentlich mit mir hin? Hier in die Ecke, wa? Gibt es da oben noch was? Nö. Alles safe. Da ist auch nix. Hier ist was. Ich will sehen. Und hier oben ist Schießpulver. Wo waren mein Inventar? Nicht auf I, nicht auf B, nicht auf C. Hm. Schwierig, schwierig. Im Menü könnte ich hier eigentlich auch mal gucken, aber... Tee? Tee war es, genau. Ah, völlig physisch sprechend. Neue Erkenntnisse. So, dann haben wir Stoff. Dann haben wir eine Köderflasche. Was macht die Köderflasche? Lockgegner an und explodiert nach einiger Zeit. Sehr schön. So was braucht man. Die leere Flasche stinkende Chemikalie kombiniert mit einer leeren Flasche. Stellen Sie eine Köderflasche her. Flasche her. Okay. So, mit Kraut wird es ein Verbandmittel und mit Desinfektions... Ne, mit Alkohol wird es ein Desinfektionsmittel. Sehr gut. Das können wir mal übergeben. Und dann haben wir zwei. Kann man das hier nicht zusammenpacken? Warum kann man das nicht zusammenpacken? Weil man nur einen haben kann. Okay. Verstehe. Hier kann man die Munition noch übergeben. Dann klären wir ein bisschen mehr zum Ballern. Apropos Ballern. Klären wir mal nicht die Schrotflinte. Und du, mach hier mal auf. Oder wir machen auf. Auch das ist möglich. Ein Heli. Funktioniert der noch? Das wäre zu einfach, oder? Klebt auf jeden Fall kein Blut dran. Aber hier ist eine Kiste. Du kannst ihn fliegen? Wenn er repariert ist. Aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Und wir finden genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung ja. Hilf mir suchen. Nach meiner Erfahrung ja. Das ist ja auch eine tolle Aussage, Claire. Die zweimal, die sie bisher in solchen Utopien unterwegs war. Oder ist das schon eine Dystopie? Utopie ist ja Quatsch. So. Darf ich die Kiste jetzt eigentlich aufmachen? Nö. Verdammte Kiste. Geh auf. Kling. So. Aber schön auf der Karte schon da steht, wo wir hin müssen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie ich die große Karte ankriege. Ach, C war schleichend. Ich glaube, für die nächste Feuerwehr muss ich mir erst nochmal die Steuerung angucken. Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. Schade. Hier ist auch nichts. Dann rennen wir mal ein Stück. Ja. Hier geht's los, wa? Ach. Wundert dich das, wenn ihr hier eine Mucke anhabt? Das wäre super, wenn Claire einfach mal ihre Pistole benutzen könnte. Ne? Da geht die Messer da ran. Ich fass das nicht. Aber ich glaube, ich hatte doch irgendeine Fähigkeit freigeschaltet, dass die mitschießen, oder? Habe ich eine Durchkrabbin? Nein. Was ist das hier? Aber der Eingang ist blockiert. Eine Baumaschine. Äh, klar, haben wir dabei, oder? Hat man doch immer dabei. Hey, hey, hey. Leute, macht mal keinen Quatsch, ja. So, was gibt's hier hinten? Kommen wir von da? Ne. Das ist immer so eine rote Sternkiste, die man nicht öffnet. Die kann man wieder öffnen, okay. Dann können wir doch die andere sicherlich auch öffnen. Ja. Kling. Das war jetzt nicht richtig. Ja. 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 Ich hab leider schon wieder vergessen, wie das hier funktioniert. Das war anscheinend richtig, aber das war nur Schloss Nummer 1. Ne, das war's nicht. Ach, Leute, kommt. Danke. Ne Teilebox. Yay. Und dann kommt man da nicht weiter. Super. Aber wir haben die Teilebox mitgenommen, das ist sehr schön. Und da oben. Oh, Claire, da musst du ran. Treff ich das Ding? Ach, du Kacke. Boah, daneben. Halt, stille, Weib. Halt, stille. Danke. Nummer 2. Und unsere Munition geht immer weiter zur Neige. So. Hier irgendwas. Versteckt in den Nischen und Ecken des Fischerdorfes. Na, hallöchen. Na, kommst du rum? Kommst du eine Runde spielen? Stehst du da so doof rum? Ähm, wer bist denn du? Hydro! Huh, beschön mir die, so kleine. Schau mal, was ich gefunden habe. Wenn ihr brüchige Wände findet, könnt ihr sie bestimmt durchbohren. Ja. Ist natürlich viel einfacher. Hallo. Oh, Leute. Oh, das ist ja nur eine Zweischuss. Alter! So, Messer, komm. Ah. So, Messer, komm. Meine Güte, was war das denn schon wieder? Warum ist denn der Große so schnell? Ach, ich hab, ich hab ne Dings. Ich bin, äh, verdammt. Kann ich hier heilen helfen? Ne. Ich brauch ein Verbandmaterial. Verdammt. Ich hab doch kein Desinfektionsmittel. Oh, verdammt. Ne, mit Kraut mischen ist Verband. Okay. Ähm, dann gib mal rüber. Und du mischst das da mit. So, dann haben wir drei Verbandmittel. Und dann benutzen bitte. So. Muni gibst du rüber. Teilekoffer nehmen wir später. So. Ah, das muss man aber auch erstmal wieder wissen und verstehen. So, was haben wir hier? Ne MP. Claire, bitte mitnehmen. Ne MP ist immer gut. Tagebuch eines Reisenden. 11. Oktober 2008. Ich habe diese kleine Insel in einem abgestaubten alten Buch entdeckt. Und sie ist auf keiner Karte oder sowas verzeichnet. Da hab ich mir doch gedacht, cool. Eine Gelegenheit für ein Abenteuer. Auf einer unentdeckten Insel. Das zieh ich mir rein. Mit einem Helikopter zu chartern. Mir einen Helikopter zu chartern hat mich eine Stange Geld gekostet. Und als wir dann endlich landeten, haben die Einwohner den Helikopter konfisziert und mich in Gewahrsam genommen. Das ist nicht cool. Und jetzt bin ich in diesem Drecksloch eingesperrt. Diese Typen sind total mischugge. Ich kann es nicht erklären. Aber nur indem man sie sich ansieht, merkt man, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mega miese Stimmung hier. 12. Oktober. Also die Typen debattieren jetzt, was sie mit mir anstellen sollen. Wie wär's, wenn ihr mich einfach gehen lasst? Ich hab's denen hundertmal erklärt. Ich bin nur für ein Abenteuer hergekommen. Aber sie hören mir nicht zu. Das ist echt nicht cool. 19. Oktober. Also anscheinend bekommen die Typen hier es echt nicht in ihre Dickschäle, dass ein Außenstehender ihre Insel finden könnte. Ich mein, hallo? Wir leben im digitalen Zeitalter. Was kann man denn heutzutage nicht finden, wenn man lange genug danach sucht? Aber echt jetzt. Ich denke langsam hierher zu kommen war keine so gute Idee. Also nach einer Woche die Gefangenschaft, das so langsam zu denken, ist schon ein schön hart, Kollege. 10. Dezember. Ok, zwei Monate später. Zwei verdammte Monate und ich bin immer noch hier. Das ist Schwachsinn. Irgendwas Übles geht hier ab. Ich hab niemanden mehr gesehen und ich seh es nicht. Aber ich höre tierisches Knurren. Was ne Scheiße. Die haben mich hier doch nicht vergessen, oder? Oder? 19. Dezember. Kein Essen, kein Wasser. Hab etwas Regen, das hilft. Keine Kraft mehr. Nicht mal Ratte gefangen. Kann nicht mehr. 26. Dezember. Wasser. Wasser. Bitte Wasser. Tja, der Gute scheint hier verdurstet zu sein. Haben sie hier vergessen? Nur mal einen kurzen Ausflug. So, das war jetzt das Buch. Hier ist noch was in der Ecke. Und, ähm, das war's. Mehr gibt's nicht. Nope. Aber schön, dass du dich hier einfach... Wir könnten dein Bohrer jetzt gebrauchen. Bereit für ein paar Abrissarbeiten? No probleme. Zeig mir nur, wo es lang geht. Na dann, komm mit. Komm einfach hin, dach her. Ähm. Was macht dieser Kollege da? Genau, schieß ihm einfach ans Kreuz. Stirb. Stirb. Jawohl. Schrotmunition. Die solltest du auch nicht du nehmen, sondern Magmorzel. So, ähm, hier übergib mal bitte. Danke. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, habe ich jetzt wieder, äh, Munition fast voll. So, wo sind wir eigentlich rumgegangen? Damit der Typ, der sah da unten. Oh, Pietro, nerv nicht. Hier unten kann man durchkrabbeln. Das kann doch sicherlich auch wieder nur ein Atelier machen. So, hier gibt's eine Kiste. Mit Maschinenmumpeln. Sehr schön. Brauchen wir, nehmen wir alles mit. So, und jetzt einfach losschwimmen. Einfach losschwimmen und gucken, wann wir ankommen. Das wäre doch mal ein Highlight, oder? So. Da hat gerade was blau geleuchtet. Und da piept mein Wecker. So, was gibt's da? Ein Saphir. Ich glaube nicht, dass ich da so rankommen sollte. Naja. Auch nicht schlimm. Nee, sind wir nicht. Wir sind noch nicht da, Kollege. Wir gucken uns hier immer noch das Dorf an. Genau, hier kann man hoch. Hier hätte ich gerade den Saphir einsammeln können, sollen wollen. Na? Kommst du rum? Ach, wollte ich nur mal ein bisschen... Nur mal ein bisschen am Käfig wackeln, wa? So, da oben könnten wir lang. Wir können aber auch erstmal hier ins Haus gucken. Von der anderen Seite verschlossen. Super. Haben wir hier noch irgendwo was fried? Genau, da können wir noch... Da können wir noch was mischen. Wieso brennt hier Licht? Schleichen wir uns da einfach mal von hinten an, wa? Leiter? Jawohl, wir nehmen die Leiter. Da geht's erstmal runter. Gibt's hier was? Schießpulver. Schießpulver nehmen wir mit. Da will ich noch nicht durch. Aber wir müssen anscheinend... Da ist was drinne. Ein Rubin. So, mach mal auf hier. Wo? Kollege, mach keinen Scheiß mit mir. Wir schnappen uns erstmal die Kiste. Völlig entspannt. Egal, wo das Monster gerade sitzt. Oh, was soll denn das hier immer mit diesen blöden Dingern? Klingen. So, wo ist der Mittelpunkt? Ungefähr da? Ne? Ja, komm, gleich nochmal. Mädchen, du hast ein großes Brecheisen. Einfach loslegen. Kann mir irgendwer mal bitte erklären, wie man das hier richtig machen soll? Da ist rot, da ist auch rot, da ist auch rot. Das heißt, wir müssten so ungefähr da hin. Jep. Aber auch wieder nur ganz knapp. Erweiterungstasche. Uh, sehr geil. Ah, sehr schön. So, dann können wir auch die Flasche mitnehmen. Und die Batterie. Jo, mach mal. Aber warum ist hier Licht denn, ne? Warum liegt da Stroh? So, und wo war jetzt eigentlich der... Ach, du Schande. Claire. Sind wir schon da? Was soll ich bohren? So, Kollege. Na, das war doch gut, oder? Und ich würde sagen, damit machen wir erstmal eine kurze Pause. Und kloppen wir noch ein bisschen auf den Kollegen rum. Also, bis zur nächsten Folge. Was soll ich bohren? Resident Evil.